Mein Name ist Lourdes Groß, ich bin 16 Jahre alt, ich spiele auf der Sechs. Meine bisherigen Vereine waren den FC Schengen und TSG Offenweiler. Mein Vorbild ist der beste Fußballer aller Zeiten, Cristiano Ronaldo dos Santos Aivero. In FIFA nehme ich immer VfB Stuttgart. Meine persönlichen Ziele sind, mich weiterzuentwickeln und die wir mit der Mannschaft sind, die Oberliga zu gewinnen.